Unter die Kardinier von Gorsen, meine Damen und Herren, das ist das denn? Das ist ein von immer, das ist Leistungsblut durch, das ist Ganymede, voll Blut, aber dem Sample Giovanni Casanario, 1996 geboren. Da sehen Sie, wie dieser Allrounder sich am Sprungensee setzt, hier live. Da sehen Sie, wie dieser Allrounder feinten sich unter dem Sack präsentiert. Kürz, Liga Bayer 2004, Liga im Deutschen Derby 2000, es gibt ein Derby für die Galoppa, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er hat eine tolle, tolle Rennleistung, Titel, bestes deutsches Rennpferd, der Vortrag von Araber 1999, bestes deutsches Rennpferd im Jahr 2000, Sieger hängst im Championat in Sonnens. Typ 9,0 Bewegung, 9,0 Körperwahl, 9,0. Ändern vier, vier Prüfungen, die ganz klassische Prüfungen, hier sehen Sie ihn als Rennpferd, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Dressur Wien springt, in der Dressur bis zur Klasse M und springt bis zur Klasse LR von Reich. Zahlreiche Prämiungen und Championatsholen hat er bereits hinterlassen. Das ist natürlich eine ganz, ganz interessante, verebler Variation, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kohl gelassen, 1996 geboren. Sie haben das sicherlich schon, schon vor dem Kopf ausgerechnet, 18 Jahre jung, topfit. Sie haben das sicherlich schon, schon vor dem Kopf ausgerechnet, 18 Jahre jung, topfit. Sie haben das sicherlich schon, schon vor dem Kopf ausgerechnet, 18 Jahre jung. Sie haben das sicherlich schon, schon vor dem Kopf ausgerechnet, 18 Jahre jung. Sie haben das sicherlich schon, schon vor dem Kopf ausgerechnet, 18 Jahre jung. Aufgleichbach vermutet, 18 Jahre jung. Sie haben das sicherlich schon, schon vor dem Kopf ausgerechnet, 21 Jahre jung. Und beim Kopf ausgerechnet, 18 Jahre jung.